So, wo ist das Auto? Das Auto ist das unten. Los. Ach man, wo... Ich hab so'n schönen Platz im Kofferraum. Das finde ich so schön. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir langsam zum Lager da kommen. Ja. Das liegt ja am Fahrer, ne? Ich glaube nicht, dass... Der Fahrer kennt den Weg. Ich würde jetzt gerne als Schütze einsteigen. Ja. Und go. Fahrzeug. Scheiße, da kommt uns genau entgegen. Noch nicht. Oh. Also die können nicht mit dem Auto... Stopp, 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 stopp. Das können wir uns einnehmen. Was halten die davon? Was denn, das Auto? Ja sicher. Stehen bleiben, stehen bleiben. Zack, 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 komm. Das holen wir uns. Da sind garantiert irgendwie hier... Vollpfosten, die da drauf warten, abgeknallt zu werden. Warte, Drohne. Hm. Knicks? Pentele? Alter, hier ist niemand. Das Auto scheint kaputt zu sein. Aber wir können uns halt ein... Moment. Ne, da ist irgendwas runtergekommen auf die, ne? Der Wagen ist okay. Komm, wir gucken uns das mal an. Da liegt da ne Drohne... Oh. Ne, die runter! Das war knapp. Das war knapp. Ähm, wir haben ein Problem. Ja, von hinten kommen, äh, da hat ein Auto angehalten. Unser Auto blockiert... Ah ne, ihr fährt weiter. Ne. Aber jetzt fährt er weiter. Oh, ein Glück gehabt. Okay, komm. Wir schauen uns das mal an. Ich glaub, die haben irgendwann... Wir müssen denen, glaub ich, helfen. Da ist ne Drohne! Ne riese... Hä? Kann ich dem helfen? Warte mal. Über uns ist ne Drohne! Ja, ist ne Transportdrohne, denk ich mal. Okay. Du versuchst das mal eben? Ja, mach das mal. Okay, wir haben noch einen Einsatz gekriegt. Ja, das machen wir aber nicht. Okay, der Wagen ist kaputt. Dann gehen wir wieder zurück zu unserem... Okay, lass uns gehen. Ich dachte, wir können... Ich weiß nicht, hier ist noch ein ii. Iiii. Willst du ein ii kaufen? Ne, das ist so weit weg. Komm, wir fahren, wir hauen ab hier. Ja, warte, 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 warte. Da ist wieder ein Auto beim Auto. Da ist wieder ein Auto beim Auto? Da findest du, die fahren aber nicht direkt über die Straße. Weißt du, da kommen mir jetzt zu viele Autos. Mach mal ein bisschen irgendwie querfeld ein, oder was? Ja, besser ist es. So, ich bin wieder drin, ne? Okay. Amstakt, kann los. Vorsicht! Links halten, links halten, wenn man ein Ohr hat. Ist ja wohl kein Gegner. Ja, aber wenn der, ne, loop, dann hast du sie nachher wieder alle. Stopp! Warte mal! Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir mit. Weil das scheint hier wichtig zu sein. Ist dein Ernst? Ich mach mal die Drohne steigen. Da unten stehen sie. Bei Stücke. Ja, ich könnte den rechten. Moment, stopp! Da ist ne Kiste oben drauf. Ich flieg mal eben rein. Hier im Gebäude noch jemand drin ist. Haltet ihr beide mal die Typen da im Auge? Im Gebäude ist niemand drin. Auf drei? Noch nicht. Wir haben noch keine Feuerfreigabe. Feuerfreigabe. Auf drei? Eins. Drei. Drei. Wunderbar. Los, vorrücken. Ich denke mir mal, wir sollten sowas mitnehmen. Mal schon einmal da rund vorbeifahren. Hä? Weiter. Sehr nice. Dann gehen wir mal ins Gebäude, ne? Los, behalt euch. Zack, 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 zack. Hier ist ne Info. Ja. Nehmen sie die Info. Ich nehm die Kiste, die irgendwo ist. Wo ist die Kiste? Verdammt. Hä? Ist sie wieder oben wahrscheinlich. Die Info ist angekommen. Mündungsfeuer. Ah, ist hier oben. Geh nach oben, Fiji. Oh, Pistole. B320. Heck lang koch. Cool. Ich rüsste mal raus. B320. Ja, ist da schön. Da kommt der Bauch. Ach so, schall die drauf. Heck lang koch ist gut. Hm? Ich auch. Schönes Modell. Bei mir steht der Mensch im Mittelpunkt. Peter H. Scharfschütze. Nicht lustig. Doch. Ich find's nicht. Also ich find's lustig. Ja. Schalli muss drauf, auf jeden Fall. Okay. Druck zum Auto. Hallo. I'm sorry. Ach so. Er ist auf dem Weg. Komm. Sie sind ja ein ganz cleveres Männchen, ne? Also das ist ja Wahnsinn, was sie drauf haben. Ja. Im Gegensatz zu den Herren hier. Ja, wahrscheinlich. Warum sind sie aber so schnell, ne? Mhm. Ihre Rennerei und ihre Looterei, ne? Was? Nein, nein, nein. Da ist eine Looter-Lady. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, 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 ja. Wie können sie... Ich sichere das Gebäude. Ja, sicher. Guck mal, wer hier vorrennt. Guck mal, da ist er schon wieder. Looter-Lady. Will doch nur hier die schöner Katze. Ja, ich finde hier den Ausgang nicht mehr. Ich bleib dann hier so lange. Ich nimm den Winterwegerich mit. Sie sind mir auch so ein Winterwegerich. Ja, der lacht da rum. Ja, ich hab hier noch ein... Winterwegerich. Los, go, go, go. Zum Auto. Okay. Müsste der Herr Finch wieder fragen, wo steht denn unser Auto? Seh ich doch. Er sieht's. Ja, stimmt. Da ist er. Da ist er, der Auto. So. Und jetzt wollen wir aber langsam zum Ziel hier. Ja, aber nicht ins Wasser. Denken wir mal, so ein Gefangenenlager ist bestimmt gut gesichert, ne? Kommt drauf an. Ui. Ui. Uiuiuiuiuiui. Und da sind wir schon. Ja. Bleib still. Stop, 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 stop. Wir müssen hier erstmal gucken, dass wir uns erstmal eine Position... Äh, kommt hier oben rauf. Griechend. Erstmal langsam hoch und dann erstmal... Also den Heli können wir schonmal benutzen. Wir müssen jetzt erstmal hier oben die oberen Position benutzen. Und uns erstmal einen kleinen Überblick verschaffen. Alright. Was hier los ist. Verstanden. So, dann lass uns doch mal schauen. Mandröhnchen. So, lass uns mal ein Dröhnchen stellen. Da ist eine Drohne. Ein E. Da ist auch noch eine Drohne. Da ist ein Geschütz. Da ist auch noch irgendwo gut. Gefallen tut mir das ja überhaupt nicht. Ja, hab ich das schonmal gesagt. Vor allem nachts, ne? Brunpilot. Da ist einer mit dem Raketenwerfer. Aha. Der Typ hier, der hat die Information. Zwei Mann. Oh ja, und ist ein Dicker. Ja, ist ja nicht so schlimm. Oh, oh, da müssen wir mal klären. Da müssen wir mal... Boah. Pff. Leute, da geht's gar nicht. Leute, 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 Leute. Hier ist auch noch einer. Äh. Leute, seht ihr das hier? Das, wo ich gerade bin? Nee. Komm mal mit meinen Drohnen zu mir rüber. Hier haben sie denn. Hier oben. Hier unten. Das nehmen wir zuerst. Welche Drohne ist das denn jetzt hier? Bewegen sich mal nach links und rechts. Ach, die. Hier unten. Hier unter mir. Und höher am besten. Das Ding nehmen wir zuerst ein. Äh, Moment. Ich sehe sie gerade nicht. Wo sind sie denn? Da oben sind sie. Okay. Das hier unten. Das sind zwei Leute. Am Raketenwerfer. Ach nee, hier vorne. Das Ding. Ach da. Die beiden hier. Die beiden Schützen, ne? Ja, genau. Oder wir gehen vom Helipad aus. Aber ich glaube, die Gefahr ist zu groß, dass die, dass die, die hier am Außenlager sind, dass die Theater machen. Da gehe ich mal von aus, dass wir am besten, äh... Vom Helipad ab. Ja, nee. Nee? Nee, ich weiß nicht. Ich bin gerade am überlegen, ob das so eine gute Idee ist. Die Stäbe, die da in der Erde sind, sind keine Bewegungsmänner, ja? Ja, doch. Die leuchten rot. Das werden, also, werden wir da nicht umgehen können. Ich glaube, das sind... Also doch über das Helipad. Also doch Helipad. Vom Helipad aus leise. Da sind aber auch zwei Bewegungsmelder. Ja, das ist das Problem. Warten Sie mal, ich gucke mal von vorne, ob wir da irgendwie anders so... Nee, die sind ringsrum. Kann man die ausschalten? Keine Ahnung, ob sie die abschießen können. Oh. Ich kann's versuchen. Nee, ich hab gerade mal einen Schuss drauf gemacht. Warum? Ja, aus Versehen. Ich hab den labilen Finger. Da kommt einer aus Helipad. Ja, ist nicht schlimm. Hinlegen. Hm. Hä? Wieso wird der hier so verpixelt angezeigt? Achso, der hat eine Taschenlampe. Okay. Wie kriegen wir die Dinger aus? Strom abschalten. Ja, super. Ähm. Wir haben keine Chance, da lang zu schleichen, ne? Mm-mm. Außerdem, vom Helipad kommen wir nicht ins Gebäude. Mm-mm. Also, Sniper-Missionen von hier aus alle schießen. Schaffen wir nicht. Ja, weil dann sind wir alle alarmiert. Das wird nichts. Hm. Boah, ey. Das wird nicht leicht. Nee. Fangenden Lagerhallen, ne? Könnt ihr den jetzt am Helipad erledigen? Nur anfangen müssen wir mal irgendwann. Wie willst du den denn erledigen? Versuch es. Wenn du den triffst. Du musst ihn treffen. Ja, jetzt geht er wieder weg. Es ist vorbei. Aber wie kannst du den von da aus erledigen? Durchs Gebüsch? Ja. Na sicher. Dann... Ich würde die Stellung wechseln. Hört sich jetzt komisch an. Nein, das hört sich nicht komisch an. Ey, Leute, das wird haarig. Haarig. Guck mal, wie viele Leute das sind. Ich glaube, wenn du den weg machst, dann sieht das jeder. Da vorne könnt ihr auch ein Weg machen, rechts, äh, links, linke Seite. Soll ich mal einen Test machen und man sich so ein Ding da laufen da unten? Gucken, was passiert? Das Problem ist, dass wir ja nicht auf das Helipad kommen. Soll ich mal versuchen, ob dieser Bewegungsmüller reagiert, wenn ich da lang gehe? Ja, hau doch mal rein. Mach mal. Wir warten hier. Ich probiere es. Kannst du jetzt genießen, Finchie? Mhm. Die wird gleich gebraten. Gebratene Ente gibt das jetzt gleich. Ah, so köstlich. Schätzen sie mich ein? Nee, nicht wirklich. Okay. Okay. Ja, das weiß ich nicht. Hat mich ein Auto gesehen, oder was? Haben sie aber gut gemacht, muss ich nicht sagen. Scheiße, das Auto. Ich bin stolz auf sie. Also, da braucht man ja nicht, äh... Wir können ja hier ruhig liegen bleiben, Finchie. Mhm. Äh, da hat irgendeiner Verstärkung angefangen. Ach, dir ist noch ein Auto. Haha, ich werde bekloppt, Alter. Ich werde... Also, sind sie jetzt davon überzeugt, dass das keine gute Idee ist? Ja. Naja, gut. Aber man kann es ja mal versuchen, ne? Da oben ist einer im Gebäude, der hat die Verstärkung. Ich habe die Drohne abgeschossen. Ja, sehr gut. Deckung! Ja, du brauchst keine Deckung. Pass auf. Zack. Wir holen uns die mal jetzt alle langsam weg hier. Guck mal, was zu rennen. Das Schöne ist, die ballern hier rum und keiner weiß, wo wir sind. Correct. Den Dicken müssen wir wegmachen. Ja. Drohne. Die Dicke ist weg. Ich will die Drohne wegmachen. Drohne down. Nauber. Nice. Ganz in Ruhe, Leute. Ganz in Ruhe. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwann mal schaffen sollten, dann eine Mission mal leise zu schaffen. Obwohl ich nicht glaube, dass das klappt. Der Dicke ist down. Ja, ich habe ihn zweimal anschießen müssen. Noch einer down. Lass aber, die kommen eh alle zu uns. Ja. Na, kommt schon. Nächster weg. Wunderbar. Da die ja wissen, dass wir hier sind. Feuer einstellen. Lass dich die Lage beruhigen. Ja, da kommt der Nächste. Halt ja den. Ja, die sind leicht. Ah, da kommt der. Alter, guck mal. Alter. Wo kam der denn jetzt her? Kannst du mir mal erklären, wie der da hingekommen ist? Der ist über die Brüstung gesprungen. Über die Mauer. Echt? Jo. Ich habe den ganz an dem Visier gehabt. Okay. Vorsicht. Ja, die wissen gar nicht, wo wir sind. Ja, die schießen blind einfach. Irgendwas ist da angekommen. Ich mache mal eben den Raketen-Dingster kaputt. Kaputt. Sauber. Jetzt kommen die alle hier rüber. Ja, ist doch gut. Die laufen uns direkt vor der Flinte. Oh, mein Gott. Mein Gott, nee, ey. Ja, hier sind gerade zwei Autos. Ja, du musst auch mal ein bisschen drauf achten. Du kannst nicht immer da gucken und alles gesprungen. Ja, dann hol ihn dir doch. Ich bin dabei. Wir kümmern uns hier um die anderen Bekloppten. Du musst den Dings retten. Du musst... Aua. Okay, der ist down. Scheiße. Aua. Jo, ich bin auch down. Ich auch. Wo seid ihr? Da oben? Ah, hier sind... Ach, hier liegt der. Okay. Ich mache mal einen von euch. Dann hole ich den Finchie und du sicherst weiter. Ja. Ich hole Finchie. Wir haben uns aus den Augen verloren. Zieh mich erstmal ein bisschen zurück hier. Wir wissen nicht mehr, wo wir sind. Darauf wissen sie. Die kommen über die Brüstung. Die leben noch. Jetzt nicht mehr. Wie können wir die Scheiße hier umgehen? Für mehr müssen wir weiter reingehen, wa? Ich kann das Ding nicht ausschalten hier. Komm runter, komm. Warte mal. Ich weiß, wie ich das kaputt kriege. Wie denn? Haltet mir mal den Rücken frei. Meinst du mit dem Auto reinfahren? Quatsch. Eigentlich ist das die eisterste Möglichkeit, aber... Ich versuche mal. Ich versuche mal was. Genau mit dem... Abschneiden. Die kommt runter. Oder? Das ist doch eh scheißegal. Wir können runter. Komm. Komm mal runter. Komm runter. Weil auf hier oben ist noch was zum Einsammeln. Komm mal her. also jetzt kamikaze mission ja bringt ja nix kamikaze wir müssen da irgendwie rein warte ich sehe wieder was bewegungen da oben alles mögliche über helipad rein oder wir müssen hinten rum und runter glaube ich ja ich sehe ja sehr gut er muss auf nacht sie auf wärmebildern habe ich nicht ich habe nur nachts nicht ja leute ich bin mal gespannt ob wir das eventuell mal schaffen irgendwann eine mission leise durch das war auch jetzt ein bisschen schwierig muss ich ganz ehrlich sagen weil ich wüsste jetzt nicht aber das bestimmt ganz einfach also bis daher ja